Was ab, ladies and gentlemen, und zwar sind wir diesen Freitag in Trittau, und zwar zu einem ganz besonderen Anlass. Der Funpark feiert seinen siebenjährigen Geburtstag, kommt vorbei und feiert mit uns eine brutale Birthday-Partner. Und natürlich gibt es jede Menge Specials, bis 24 Uhr für alle Gäste freier Eintritt. Es gibt CO2-Kanonen, es gibt tausend Euro Geldregen, und es gibt für jeden einzelnen Gast ein verabschiedendes Geschenk. In der Soul Street ist für euch Mr. B, und er wird auf jeden Fall coolen Black spielen. Wer Bock auf Schlager hat, geht in die Crazy Heim, zu DJ Gary Sender. Und in der Main Hall sind meine Wenigkeit und DJ Hold Up, mit 50% fetten Hip-Hop-Beats. Es ist Under the Bollie, und 50% Haus. Oh yeah, 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 oh yeah.